hallo meine lieben youtuber und willkommen auf meinem kanal peter rockabilly 1950 so eine kleine impfe für euch alle für alle die sich wundern warum ich nach 1000 videos nicht in die pause gegangen bin das lag daran dass sich gewisse sachen hier überschnitten haben und deswegen geht der kanal erst in die pause wenn ich quasi die antenne die gepäckträger verbaut habe und die sirene verbaut habe dann geht der kanal auch in die pause mit noch ein ost rist west ultramat hoffen mbs speicher so dass ihr so bescheid wisst warum mein kanal noch nicht in der pause ist das ist nur mal so eine kleine info für euch so dann wünsche ich euch alles gute weiterhin euer peter rockabilly kanal 1915 wie immer abo like da lasst mir ein nettes kommentar ich danke tschüss